Unterhalb 19 zu diesem Spieltag-Tipp-Video, allerdings so ein bisschen in meinem Stil sag ich mal, weil so als Fan von Statistiken, ihr kennt es ja, und logischerweise auch als Fan vom VfB im Abstiegskampf, tippe ich den gesamten Spieltag, also alles ist dabei, aber eben am Anfang immer der volle Fokus auf die Abstiegskandidaten. Hier der Blick auf Statistiken, Bilanzen und Formen der Klubs eben für die aktuellen Partien. Ich starte auf Platz 14 mit Hertha BSC, die spielen am Sonntag in Leverkusen. In direkten Duellen mit Heimrecht für Leverkusen gab es auch einen kleinen Siegesplus für Leverkusen. Bisher in der Gesamtbilanz in den letzten 10 Spielen, heim- und auswärts, beides drin, ist recht ausgeglichen, sogar ein leichtes Hertha-Plus. Es ist das Duell Platz 11 gegen Platz 14 in der Tabelle aktuell, 8 Punkte Unterschied. Es ist Platz 15 der Heimtabelle, also Leverkusen gegen Platz 15 auch der Außertabelle, also Hertha BSC. Und die Hertha ist aktuell ganz ordentlich in Form, muss man sagen. In den letzten 5 Spielen waren 2 Siege, 3 Niederlagen, beide Siege eben auch zu Hause. Also die Berliner sind ganz klar zu Hause stärker als auswärts. Leverkusen ist ganz okay in Form, 2 Siege, ein Unschieden, 2 Niederlagen in den letzten 5 Spielen. Letztes Spiel der Hertha war ein 2 zu einem Heimsieg gegen Augsburg. Letztes Spiel von Leverkusen war ein achtbares Unschieden, 1 zu 1 in Freiburg. Statistisch würde ich sagen, gibt das also alles in Summe tatsächlich doch ein Unschieden her irgendwo, einfach wegen leichten Hertha-Plus in der Statistik. Die Formen sind recht ähnlich aktuell Leverkusen, aber eigentlich natürlich einen besseren Kader, trotz eben dem Hertha-Plus tatsächlich in der Statistik. Deswegen geht es für mich irgendwie in Richtung Unschieden tatsächlich. Die Hoffnung logischerweise auch für uns im Abstiegskampf, dass die Hertha in Leverkusen verliert. Auf Platz 15 dann wir, der VfB Stuttgart. Am Samstagabend geht es gegen die Bayern. In direkten Duellen mit Heimrecht für uns für die VfB gab es doppelt so viele Bayern-Siege insgesamt. In den letzten 10 Spielen gab es immerhin mal einen Sieg und zwei Unschieden. Die waren aber alle drei eben auswärts, nichts davon zu Hause passiert. Das ist das Duell Platz 15 gegen Platz 1 in der Tabelle. Knackiges 27-Punkte-Unterschied aktuell. Platz 14 der Heimtabelle gegen Platz 1 der Auswärtsabelle. Vor dem letzten Spielen ist recht schwankend. Zwei Siege, drei Niederlagen. Ich habe da einen Pokalsieg mit rein. Also wettbewerbsübergreifend diese Form der letzten fünf Spiele. Immerhin sind wir zumindest tabellarisch und so weiter zu Hause deutlich stärker als in Auswärtsspielen. Da haben wir Auswärts seit Jahren nichts gerissen. Die Bayern gut in Form. Vier Siege, eine Niederlage in den letzten fünf Spielen. Auch hier zum Beispiel der Champions-League-Sieg bei PSG mit eingerechnet. Unser letztes Spiel war die 2-1-Niederlage bei Schalke 04. Letztes Spiel der Bayern war die 13-0-Macht-Demonstration gegen Union Berlin. Statistisch natürlich auch logisch gibt das nur eine Niederlage her. Ist ganz klar, Ergebnis ist hier nur Niederlage. Hoffnung natürlich auf irgendwas Zählbares irgendwie zu punkten. Auf Platz 16 aktuell die TSG Hoffenheim. Am Samstag auswärts in Mainz am Start. In direkten Duellen mit Heimrecht für Mainz 05 haben sie doppelt so oft verloren. Letzte zehn Spiele dieselbe Tendenz. Mainz Siegesplus am Start auf jeden Fall. Duell Platz 8 gegen Platz 16. Schöne 13 Punkte Unterschied aktuell. Platz 9 der Halbtabelle gegen Platz 12 der Aussatzabelle. Hoffenheim vor den letzten fünf Spielen doch schon beschissen. Also fünf Niederlagen am Stück oder halt noch mehr. Aber auf den letzten fünf gesehen sind es seit fünf am Stück. Immerhin ist Hoffenheim auf dem Platz zumindest auswärts stärker als zu Hause. Mainz zuletzt ordentlich in Form gewesen. Drei Siege, zwei Niederlagen. Letztes Hoffenheim-Spiel war das 0-1 gegen Borussia Dortmund. Und Mainz hat im letzten Spiel Heimstücke bewiesen. Ein 4-0-Sieg gegen Mönchengladbach. Nach Statistik entspricht hier also unserer Hoffnung, dass Mainz das Ding gewinnt. Den ersten Abstiegsplatz nimmt aktuell der VfL Bochum ein. Heimspiel gegen Schalke haben sie am Wochenende. Hier schlage ich also zwei Fliegen mit einer Klappe. Schalke ist ja auf Platz 18 aktuell. In den Heimspielen von Bochum gegen Schalke gäbe es einen klaren Schalke-Vorteil tatsächlich. In den letzten zehn Spielen die Bilanz noch deutlicher pro Schalke-Sieg. Damals natürlich auch länger her, die letzten direkte Duelle gehabt mit 2. und 1. Liga ständig. Also war schon eigentlich klar, dass Schalke da meistens als Favorit ins Spiel gegangen ist auch. Es ist das Duell Platz 17 gegen Platz 18. Drei Punkte, also nur ein Sieg Abstand. Dazu ist das Duell Platz 12 der Heimtabelle gegen Platz 16 der Aussatz-Tabelle. Bochum setzt schlechter in Form tatsächlich. Nur ein Sieg und vier Niederlagen. Der Sieg aber immerhin zu Hause. Man kann Bochum aber ja auch ganz klar diese Heimstecker attestieren. Also Platz 12 in der Heimtabelle. Die haben gefühlt alles, was sie geholt haben, zu Hause geholt. Schalke actually echt gut in Form aktuell. Nun tatsächlich ein Sieg und vier Niederlagen. Komplett ohne Niederlage geblieben. Letztes Spiel von Bochum war auswärts. 13 Niederlage in Bremen. Und Schalke hat natürlich das letzte Spiel gegen uns gewonnen mit 2 zu 1 zu Hause. Statistik sagt also in direkten Duellen, sagt sie Schalke. In sachen Heimstärke sagt sie Bochum. Dadurch in Form, würde ich sagen, in Richtung Unentschieden. Wenn es einer gewinnt, dann aktuell das Gefühl eher bei Schalke. Aber hier passt irgendwo auch die Hoffnung dann zur Statistik, sage ich mal, dass es hier auf so einer Punkteteilung kommt im direkten Duell im Abstiegskampf. Ich habe hier mal Augsburg nicht detailliert angeschaut, weil sie aktuell in Anführungszeichen zu weit weg sind mit dem 4 Punkten Abstand. Man sieht auch an Augsburg-Spielen eh was passiert. Es ist recht klar, was da passieren wird bei dem Heimspiel. Bei den letzten drei Heimspielern am Stück alle mit 1 zu 0 gewonnen seit der Winterpause. Also gehe ich auch hier auf einen 1 zu 0 Sieg gegen Werder Bremen am Wochenende. Und damit würden sie sich noch weiter entfernen von den Abstiegsrängen da unten. Der Rest des Spieltags ist hier auch nochmal ausgefüllt und komplett getippt. Gerne eure Meinungen und natürlich auch Hoffnungen in die Kommentare. Ihr seht auch, wie die Tabelle aussehen würde, wenn der Spieltag so eintritt, wie ich ihn getippt habe. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017